Ich weiß nicht, ob es mir so geht wie Ihnen, aber wenn ich manchmal so um mich herum schaue, merke ich, dass gerade wir in Deutschland wirklich es perfektioniert haben und es unglaublich können, immer nur das Schlechte zu sehen, immer nur rumzunörgeln und zu kritisieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir brauchen heute mal irgend so eine konkrete Übung, damit wir uns einfach mal freuen können. Einfach mal Freude zu haben, nicht rumzunörgeln, nicht zu kritisieren, sondern einfach mal froh und dankbar zu sein. Und diese konkrete Übung besteht heute Abend darin, dass man sich einen Zettel nimmt und 10 Minuten Zeit und auf den Zettel nur positive Sachen aufschreibt, für die man dankbar ist, worüber man sich freut, woran man Spaß hat, was einen gut tut, Menschen, die positiv sind, nur Gutes, Positives, Schönes, Wunderbares. Einfach mal auf diesen Zettel zu schreiben und dafür einfach Freude, tiefe Freude zu empfinden. Also, nimm dir mal die Zeit, ein Blatt Papier und schreib alles auf, was dir Freude bereitet. Schönen Abend damit. Untertitelung des ZDF, 2020